Was geht ab, mein lieber Lebenskünstler und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Und wie soll es auch anders sein, wir spielen heute natürlich wieder auf dem Inferno-Server. In dieser Folge hatten wir auch eine absolut rasante und turbulente Verfolgungsjahrt und danach natürlich noch eine friendly Bekanntschaft. Yo, Bro, was up, man? Hey, stand still, man. Stand still, Bro. Hallo, hallo, hallo. Komm mal, schwind da raus, bitte. Tu mir mal einen Gefallen. Aber natürlich wäre das hier keine klassische DayZ-Folge, wenn wir nicht natürlich das Teufeltreieck entlanggerannt sind und in Celeno die ein oder andere Verhandlung hatten mit Waffengewalt. Ich bin an Kancherz. Scheiße. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hallo? 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 Oh mein Gott. Oh, hallo. Ach so, hallo. Was machst du hier? Mal ein bisschen Inferno abchecken. Ach so, ja, willkommen in meiner Stadt. Ach so, nee, euch haben wir nicht gekillt. Oh mein Gott. Hab ihn. Ich würde jetzt natürlich an dieser Stelle sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Unsere Reise beginnt hier auf Balota. Jetzt geht's rein in das Video. Keiner Streicher ist da, ne? Was willst du von mir? Fühlst du dich irgendwie bedrängt? Feuerborder tut's auch. Ja, ich... Mindestabstand bitte. Ach. Du weißt doch, mindestens Abstand. Mindestens eine Waffenlänge. Häh, was? Ready to die. Hier stirbt keiner heute. Außer den Gegner. Ich bin da. Zwei Minuten später. Da hast du völlig recht. Ich bin tot. Ich push. Ich push. Ich push. Ich bin dead. Da ist ein Spieler. Spiel nach vorne. Boom. Alter. Ach, das ist du? Das bin ich, Mann. Ne. Ach, mein. Schießt auf ihn. Schießt auf ihn. Attacke. So, liebe Leute, jetzt... Unendlich rennen. Wie viel Kanto mehr hast du jeden Tag? Ach, genug. Ich lauf mal ganz kurz um die Halle rum. Hier ist ein M4 drin. Bin hinter dir. Oh, ist da ein Muni noch drin? Das wär geil. Ja. Ist das nicht unser Auto? Das ist doch unser Auto. Seid ihr safe? Ich glaub... Also hat da jemand ein M4 reingepackt? Sicher, dass es euer Auto ist? Nein. Okay. Weil wir hatten... Wir hatten doch keine M4 da reingepackt. Ne, stimmt. Einen S-Fall hatten wir drin. Dann aufpassen. Nicht, dass vorne an den Offiziersbaracken irgendeiner rumeiert. Da geh ich gerade hin. Ja, ich push mit. Ich auch. Ich komme auch mit. Schlüssel für uns. Schlüssel für uns. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, hinter uns war das, oder? Ja, hinter uns. Hup ihn, hup ihn, hup ihn. Nice. Sehr gut. Global Beer. Global Beer war das. Vorsicht, nicht, dass der ein Mate dabei hatte. Auto ist gut. Willst du fahren? Ja, fahr du mal. Ne, ne, Luca? Oder? Ne, mir ist es egal. Hau rein. Ich bin Celino. Nice. Da ist es perfekt. Okay, wo bist du? Ich stehe da gerade ein Heli spawnen. Da renne ich mal kurz hin. Oh, da sitzt schon. Ich komme nicht rein. Da ist es jetzt. Ach, da ist ja einer. Okay, let's go. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Alter, wir sind so ein Ziel, ne? Ja, aber Percy ist ein guter Autofahrer. Bitte schlug, du bist mutig. Ey, kaffee dich jetzt. Super, Percy. Lass dich fahren. Ich habe so einen kurzen Lenk und dann bin ich nach links gezogen. Ja, klar. Auf uns, auf uns, auf uns. Auf uns, auf uns, Auto. Schnell vorwärts. Verwollungsjagd. Verwollungsjagd. Haha, geil. Let's go. Percy, woher fährst du? Schalten. Da vorne sitzt er. Ich muss das mal beschleunigen. Let's go. Wo will der hin? Die kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir. Wo will der hin? Ich ramme ihn, ich ramme ihn. Nein, nein, nein. Unsere Motorhaube, unsere Motorhaube. Nein, nein, ist nicht gut. Ist nicht gut. Das ist ein Panny. Einfach mal, lass mal Spielchat. Da ist nur einer drin. Hallo? Yo, Bro, what's up, man? Hey, stand still, man. Stand still, bro. Hallo, hallo, hallo. Hey, Goldbeer, what's up? Den haben wir doch gerade gequillt. Komm mal, geschwind da raus, bitte. Tu mir mal einen Gefallen. Was geht ab erstmal? Ja, hab ich. Ich wollte gerade zu einer fahren. Achso. Wo sind denn deine Mates gerade? Du hast gerade eben einen Teammate von uns gequillt. Mein guter, du hast gerade einen von uns gequillt. Die sind x-x. Ja, dafür wurde ich doch auch getötet. Ähm, wo sind denn deine Mates gerade? Irgendeine ist auch als Bami in den Kamenka, glaube ich. Okay. Und der andere ist irgendwo inland gespawnt. Wir sind erst seit heute drauf. Achso, ja, dann erstmal, äh, äh, nice, dass ihr da seid. Ähm. Ja, Mann. Herzlich willkommen auf Inferno. Ist irgendein Kumpel von dir im Selenum? Ach, du bist der Admin, ne? Wer? Du, der Teilst, oder nicht? Hä, wer ist jetzt heute drauf? Ne, mein Name ist Sven. Ja. So ist es. Aber ein Kumpel von dir ist nicht zufällig, Seleno, oder so, ne? Weil der ist anscheinend in der Action. Ne, ne, der eine ist irgendwo inland gespawnt. Okay, okay, okay. Meinte er. Ja, okay, ne, nice, äh, ich, deine Gunther geht noch, ne? Ja. Ja, alles gut. Ich dachte mir so, Alter, da kommt, da steckt eine Gunther in mir drin. Habt ihr die da gerade schon? Ja. Ne, alles gut, kannst gerne wieder einsteigen und einfach losdüsen. Jo, mir auch. Bleib auf jeden Fall am Leben. Ciao. Und, bleib friendly, ne? Ja, klar, easy. Perfekt. Ja, das war gerade, ich hab mich nur erschrocken, weil ich auf einmal zwei Leute gesehen habe und voll equipped. Ich dachte mir so, die töten mich doch jetzt, wenn ich eine Waffe habe. Ach, Quatsch. Quatsch. Solange du nicht auf uns schießt oder aimst oder so, ist alles cool. Okay, alles klar. Perfekt. Also, ich wünsche dir was. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Wieso kann ich da nicht einsteigen, jetzt? Das Auto fährt ziemlich langsam. Haben wir wieder Lootgeier hier hinten sitzen? Nö. Nö. Überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, wie dein Inventar aussieht. Total konzentriert. Ja, ich seh's. Es leckt. Du guckst nur auf die Straße, das ist ja richtig vorbildlich. Was? Lalalala. Oh Gott. Ach, da war doch was gestanden. Vorsicht. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir wollten eigentlich nach Pavlovo Military. Nachdem dort aber absolut nichts ging, sind wir direkt weiter nach Celeno gefahren. Und dort sind auch schon die ersten Schüsse gefallen. Ich weiß ja, wo ich denn gleich... Schuss auf mich. Das war auf mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo war das? Das war oben im Hexenhaus. Ich war im Container. Ja, Hexenhaus direkt vor mir. Von Seite Brunnen. Ich bin auch... Ich bin bei den Containern. Ich bin im Zug. Ich bin im Zug. Ich bin gerade in prison. Wer schießt auf wen? Ich hab geschossen. Ich war das, Zombie. Okay, ich bin bei dir an der Mauer. Ich bin links hinten. Ah, ich seh euch da hinten. Ich komm zur Mauer vor. Komm zu dir. Vorsicht. Wo ist es? Ich mach zu schießen. Sorry. Ich war Zombie. Ich geh ins Haus vor. Rechts unten läuft was. Ah ne, es sind Zombies. Okay, sorry. Das muss Hexenhaus gewesen sein, aber der wird da jetzt nicht mehr drin sein. Hier kann man auch trauen. Hier kann man auch spotten. Fuck. Ich versuch's Beige nicht zu erreichen. Wo lag genau die M4? Muss ich in der Ruhe. Ich bin im Beige. Okay, oben ist safe. Ich bin hinter euch. Aber von hier hat der kein Aim. Das kann entweder Hexenhaus oder Mauer war das. Safe. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schuss sogar hier Richtung Bahnhof auf der Seite kam. War schwer. Hier. Ich push mal. Wer ist das? Oh Gott. Das sind wir. Wir sind was, wir sind was. Wir, wir. Boah, ich dachte grad. Na gut, Brunnenseite wäre hier. Also dann wäre das hier Garagen und... Ich stand hier in einem Container, als ich erschossen wurde. Aber du standest unten an den Zügen am Container, oder? Ja. Dann war das safe Richtung Hexenhaus. Anders hat er gar kein Aim. Wo ist der Mörder? Ja, ich geb mir jetzt erstmal ein AP. Ich will erstmal kurz... Zombies weg. Ich bin tot hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja, ich auch. Ich bin an Cannes, Chef. Scheiße. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ist dead. Wo liegst du? Ich bin da, ich bin... Äh, ich lebe hier bei dem Durchgang. Da. Scheiße, Zombies. Welche Sauber. Ich versuch dich zu reanimieren, ich weiß nämlich nicht, wie viele es waren jetzt. Ja, es wird nix mehr, mein Leben ist nur ein Blink, nur. Nee, komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Jungs, wartet ganz kurz. Ja, 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 ich hab einen Cut. Bin dran, bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Achtung, ich bin der da jetzt. Ich hab dich, ich hab dich. Danke, danke. Okay, let's go. Der liegt hier vorne. Wer war das? Hier in der Kostheitslösung. Ich seh seinen Namen. Kannst du mich das... Hab ich, hab ich, hab ich. Ich war gerade im Menü, wollte auch Adrenalin auswählen und dann nach vorne wieder rennen. Der hat noch Codein, falls jemand Codein braucht. Oh ja, das war glaube ich gar nicht mehr für mich. Ja, Codein hab ich bei mir auch hinter dran. Ja, gut. Du bleibst mir einfach kurz so, ich geb dir gleich eine Codein, dass du wieder auf die Beine kommst. Ja. Kurzes Update, liebe Leute. Wir waren noch eine ganze Zeit lang in Celeno, aber leider haben wir keine anderen Spieler mehr getroffen und haben uns dann gedacht, wir laufen zurück nach Pablovo Military, wo uns mal so absolut der Arsch aufgerissen wurde. Ich hab bloß Stofffetzen. Ja, Stofffetzen hab ich nur, ja. Obwohl, ich hab noch einen halben verbrannt. Ich hab nur noch zwei Stofffetzen. Wow, Schoss, Schoss. Vom Berg oben, oder? Wer war da? Safe, safe, safe vom Berg. Ich bin mir nicht sicher, Celeno. Wer ist da vorne an dem Container? Okay. Ich, 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 ich. Entweder ist er oben am Berg. Ich weiß nicht, Celenoberg? Nee, oder? Ja, Celenoberg oder daneben der Eingang. Auf der linken Seite der Eingang. Ich bin oben im Krankenhaus, also ich bin im Krankenhaus unten drin. Oder ich komm rein. Achtung, bin ich. Wer läuft gerade oben? Achso. Ich. Ich mach Türen vom Krankenhaus zurück. Ja. Ich komm ins Krankenhaus. Ich komm jetzt auch ins Krankenhaus. Ich komm auch ins Krankenhaus. Ich pusch hoch, ich guck am Fenster. Ich bin auch hier. Wow. Oh, neulich wurde erschossen. Nee, angeschossen. Von wo? Ganz knapp. Direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür. Der läuft hoch, der läuft hoch. Celenoberg. Ist am Celenoberg. Ich seh ihn. Was? Wie konnte der das überleben? Der ist oben drauf. Ich bin tot. Ich hab versucht, den Percy zu... Vorsicht. Celeno Stein, der piekt gerade hierher. Der piekt. Warte. Lass mich kurz aimen. Bleib du liegen, Percy. Ich geh schnell rein. Oh, mich hat's erwischt. Hey, das kann nicht sein. Dass der das schon wieder überlebt hat. Boah, ich hab drei Schnittwunden. Kannst du mir helfen mit seiner? Diese Bäume aus Stahl. Wer steht denn da bei Percy? Ich hab bloß einen Verwand. Ja, ich hab noch Verbände. Bei mir drin. Aber ich bin draußen gestorben. Ich wollte gerade Percy... Vielen, vielen Dank. Der ist immer noch dort. Ich hab bloß einen Verwand. Du musst den letzten machen. Springt jetzt runter. Ja. Alles gut, hat geklappt. Ich wollte ihn bloß nicht aus den Augen lassen, Leute. Ich bin unten. Wie gesagt, ich hab die Tür unten. Oben, oben drauf. Oben, Eingangsberg. Ey, ich treff nichts mehr. Der eine ist gerade... Achtung, Tür unten ist was. Ja, Tür geht auf. Einer ist dead. Einer ist dead oben. Ich komm runter. Tür geht auf. Ich bin an der Treppe. Zwei sind... Zwei sind Eingangsstein. Vorsicht. Ich seh den nicht. Eingangsstein. Ja, ja, ja. Hat er unten reingeschmissen. Doch, da ist er, oder? Ja, da ist er. Ich seh ihn. Ich probier's. Ich bin tot. Ohne das zu hören. Ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem ich abgeknallt wurde und unser Team diesen Kampf verloren hat, wollte ich so schnell wie möglich wieder nach Pavlovo Military. Leider war von den Gegnern keiner mehr vor Ort. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laufen einfach Richtung Balota Airfield und gucken mal, was da so abgeht. Wo? Das ist keiner von euch, oder? Direkt hier vor mir hin. Ja, ich seh ihn. Nein. Ich schieße auf ihn. Er will mich überfahren. Hier redet einer. Ich hab, ich hab beide. Ich bin bei dir. Ich komm rein. Ich komm rein. Schuss. Weißt du, du warst das. Das bin ich. Ich hab beide da unten. Der hat gerade schon ein bisschen. Aber die wollten mich überfahren, Digga. Definitiv. Hier, by the way, this is unser ATC. Liebe Leute, da kommt keiner her. Hier in Balota. War ich der Schuss? Okay, wollt grad sagen. Ich pushe mal ganz kurz raus. Oh Gott, wir sind safe tot. Oh, zieh doch die Leiche raus. Zieh die Leiche raus, Bro. Was hatte der denn? Oh, die haben gar nichts gehabt. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Die kam wahrscheinlich von Komarobo oder so. Oh Mist, ich muss ganz schnell zu euch. Ich hab zwei Schnittwunden und nix zum Bandagieren. Scheiße. Jungs, Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ihr habt mich ein bisschen erschrocken. Du provozierst aber richtig, oder? Wie siehst du eigentlich aus? Guck mich mal an, Alter. Du siehst aus wie so ein absoluter ABC-Freak, Alter. Was ist denn mit dir? Schau's wieder auf uns. Was ist denn mit dem da hinten? Komm her, klar. Wir sind auch voll friendly hier. Da läuft ein Spieler unten. Main Gebäude. Push zu uns. Black, das bist nicht du, ne? Nee, nee. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch unterwegs zu euch. Ist der noch am Main Gebäude oder wo? Nee, der ist schon weiter Richtung Offiziersbaracke. Zwei Leute sind da. Das sind zwei Leute. Ja, ich sehe einen. Grüne Armrande. Hab einen. Einer ist dead. Wer war VSD-Schuss? Ich. Nice. Ich hab ins Feld reingeschossen. Ja, auf dem Feld. Der ist dead. Der ist safe dead. Hoffe ich zumindest. Ja, er liegt. Du wolltest zur Baracke Deckung holen. Wollen wir pushen? Achso, die Mine liegt, ne? Ja, und ich hab noch gelbes Leben. Achso. Naja, der steht schon hier. Der ist an der Mine vorbei. Is dead. Loka Team Scuff. Oh, das war derselbe, den ich gerade eben abgeknallt hab. Yo, Bro. Tut mir leid, Alter. Aber danke für dein Ghillie. Ich hab noch den Tarnüberwurf. Okay. Ich brauche mir nicht, den kannst du hier Dings geben, wenn du möchtest. Ja. Wenn du will. Wie ist denn der an der Mine vorbei? Bitte? Keine Ahnung. Den hat er wahrscheinlich gut gesehen. Du weißt, wo die liegt, ne? Ich weiß, wo die liegt. Aber wie kommen wir denn da rüber, bitte? Ja, gar nicht, oder? Du bist ja lebensmüde. Okay, okay, ich bin durch. Ich will nur mal kurz gucken, was der, was sein Mate da noch hatte. Hab noch einen Mac. Ich push raus. Ich mach zu. Ich will nur mal kurz gucken, was der noch hatte. Safe. Bin ich gleich tot. Zombies oder Spieler? Oh, scheiße. Das sind Spieler. Die pushen uns. Tür. Okay. Scheiße, hab ich meine La jetzt hingelegt. Tatsächlich. Ich vollidiot. Das war meine La. Ja, da ist ein Spieler. Das ist Loka Gouken. Irgendwas wieder. Hi. Hi. Was geht ab? Ja, nichts bei dir. Ja, wir wollten eigentlich nur mal kurz hier so ein bisschen testen, ob der ATC Tower hier richtig funktioniert. Ja. Na, du hast ein Mate, ne? Ihr seid zu zweit unterwegs. Ja, der ist jetzt aber gerade geradet durch Quizzes. Nein. Doch. Da steht der Gute, da an der Wand. Ich hoffe, dass der jetzt nicht weggesnippt wird von den Leuten da hinten. Das wäre natürlich bitter. So, also der kommt jetzt. Ja, nice. Perfekt. Ihr seid friendly, oder was? Ja. Warte, ich kann mein Messer hier bei euch reinschmeißen, damit ihr wisst, ich kann euch hier keine Bedrohung sein. So, ich hab das reingeschmissen. Okay, du hast auch keine Nades oder so an dir, oder? Nee. Warte, ich kann meine, meine, hier, meine Weste aufjocken, da. Ja, komm, komm rein, komm rein, komm rein. Musst du aufpassen, hier wurde gerade die ganze Zeit reingesnippt, ohne Ende. Ja, dann erstmal herzlich willkommen im ATC. Ja, lang ist das. Dann kommst du hoch, also musst aufpassen, ne? Ähm, die Mine hast du ja gesehen, ne? Nee, leider nicht. Oh. Percy, dein Helm. Hallo. Ei! Nein! Was hat er getan? Du hast es ihm doch gesagt. Oh nein, Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus. Digga, komm schnell wieder zum ATC. Oh mein Gott. Junge, Junge. Percy, du hast ihn getötet. Wie, wie, was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Ähm, Herz geht raus. Oh scheiße, der arme Alter. Ja, okay, wenn der nochmal kommt, dann equippen wir den, oder? Der knallt uns bestimmt von hinten ab, aber was soll der Geiz? Ja, Stier, dass der jetzt da drauf gegangen ist. Komm, wie er da liegt. Das ist voll traurig, wie der da liegt. Guck ihn dir mal an. Ich muss nicht erschneiden. Er schneidet ihn halt einfach gleich auf. So richtig respektlos, weißt du? Ich? Aber waren doch nette Leute. Jetzt hast du ihn nur angeritzt. Und jetzt nochmal, lass das Messer wieder. Oh komm. Komm, es macht Spaß. Ich bin Leichenschlender. Was ist mit dem? Der ist verrückt. Ist er, ist er wirklich? Geil. Man braucht doch immer einen verrückten in der Gruppe. Kurze Info, wir haben Schüsse gehört Richtung Baracken. Und dort sind wir natürlich direkt hingepusht. Ich war absolut One-Shot. Aygo, Tego, Größe gehen an der Stelle raus. Aber das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Und bin direkt wieder zum ATC gerannt. Der ist bei euch unten drin, Meister. Ganz unten. Er hat Hits. Okay. Okay. Ich bin tot. Nein. Scheiße. Ich habe eine SG-5K. Mehr habe ich nicht. Ja komm, ich renne jetzt direkt durch zum ATC. Ich bin gleich da. Wo war der Percy? Ganz unten, noch an der Treppe. Noch vor der ersten Etage. Ich habe halt echt nur eine SG-5K. Der hat Hits kassiert von mir. Ja, der blutet. Der Typ hat auf jeden Fall USMC-Klamotten an. Ich bin so Red Life. Äh, Essen, Brot. Der war ganz unten drin, Meister. Ganz unten noch, am Foyer unten. Die erste Tür, äh. Wenn du von der Treppe geradeaus guckst. Ja. Ich bin Bambi und der Sch... Schüsse? Ah, ich bin tot. Er hat mich. Ist er oben oder was? Ja, er ist komplett oben jetzt. Scheiße. Er hat mir einen One-Shot gegeben. Ich kann mal kurz hingeben, der soll mich abknallen. Oh, ich bin so... Der ist wahrscheinlich Weste, der hat alles. So. Kopf, ey, der Typ. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aygo Tego ist tot. Ah, okay. Dann war es wieder er. Okay. Ja, ich hab ihn gepusht. Mehr hätte ich nicht machen können. Ja, nice. Ähm. Alle tot so. Scheiße. So schnell kann's gehen. Oh Gott. Aber wichtig, dass ich ihn jetzt hab hier. Aygo Tego, Alter. Grüße gehen auf jeden Fall da raus. Ah, da läuft einer. Linke Seite in Bambi. Oh, wo ist denn der hin? Ah, ist er. Ja, läuft wieder in die Baracke rein. Ist jetzt drin. Ich pushe ein bisschen weiter nach links, dass ich die Türe im Blick hab. Ja, alles klar. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Ich bekomme kein Hauptstar. Hab's genießt oder? Ja, ich hab auch gerade genießt. Ich hab wie gesagt, ne Autounfahr. Ich lauf gerade. Ich hab ein paar Atem. Versuch durchzuziehen. Oh, der ist rausgelaufen. Oh, Busch aus Stahl wieder. Oh Gott, voll veraimt. Oh ja. Ziehen drinnen. Der Ringe ist nicht in Power. Ja, ich muss Positionen wechseln. Hab zu oft geschossen. Das ist, weil mir rennt einer. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist nicht so geil. Ich seh nichts. Oh, die sind so zweit. Scheiße. Einen seh ich rennen. Bist du das? Ja, ich bin der mit dem Grünern. Der hat was Rotes an, aber ich hab keine Muni mehr. Er lauft, lauft Waldlichung entlang. Zu mir, in meine Richtung, nach links. Also von dir aus rechts, wenn du grad... Ich renne wieder jetzt nach... Ja, ja, ja. Grün bist du? Ja. Perfekt. Ja, lass ihn kommen. Ich seh ihn nicht. Na ja, ich weiß nicht. Der hat... Wohin ist. Der hatte ne Schaufel auf jeden Fall. Keine Waffe, oder was? Nur ne Schaufel? Ja, der hatte ne Schaufel, aber auf jeden Fall... Die waren zu zweit. Okay. Ich seh nichts. Hörst du, wie weit rechts lagst du? Ich war fast gegenüber vom Tower. Ah, ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh einen auf der linken Seite. Einer ist tot. Der mit der Schaufel ist tot. Ich muss Position wechseln, Black. Sonst... Ja, ja. Ich laufe weiter rechts nach oben. Ja, ich hab auch nichts mehr. Okay, ich pushe mal ein bisschen weiter nach vorne. Auf ganz entspannt. Ich weiß bloß nicht, wo Percy lag. Das ist halt... Der Typ könnte jetzt hier überall hocken. Ja. Hupf! Ah, da läuft einer. Ah, da läuft ein Bambi direkt vor mir. Ich renne aus der Amouflage Tower Richtung Balota. Ich würde ganz kurz mit dem quatschen. Wow! Was ist denn mit dir los? Hä? Wieso schlägst du mich? Sag mal, was ist mit dir los? Dafür stirbst du jetzt. Was geht denn hier ab? Ein Bambi rät auf mich zu. Sieht, ich bin full equipped. Und schlägt dich ab. Nee, und schlägt auf mich ein. Hast du ihn erschossen? Äh, ich hab ihn, glaub ich, angehittet. Aber nicht wirklich getroffen. Hatte ein bisschen Gulasch-Aim, aber... Ja, war nur ein Bambi. Aber trotzdem, wenn der eine Waffe hat, wird das Safe gleich hierher kommen. Äh, die KAM und... Da ist ein Bambi wieder bei mir. Der ist wieder bei mir. Ja, hab ihn. Ist weg. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem wir natürlich gewartet haben, dass wir alle wieder als Gruppe zusammengefunden haben, dachten wir uns, wir laufen noch einmal nach Celeno, weil wir gehört haben, in Celeno soll es ganz schön abgeht. Und was da alles passiert ist, das seht ihr jetzt. Celeno, Alter. Home, sweet home. Ja, es laufen welche bei den Baracken. Drei Leute. Vier. Oh. Vier Leute, oder was? Nein. Eins, zwei, drei, eins. Das könnte bestimmt Jäger und so sein. Ich seh's. Hat der gerade auf uns geäimt? Nee, der hat ja auf einen Zombie gerade geschossen. Äh, der Zombie ist hochgeflogen bis hin in die Luft. Ja, ich seh die da unten. Sollen wir schnell ranpushen? Ja. Ich wollte schießen. Ich kann heute mit der FSS nicht schießen von hier. Ich geb mir jetzt die... Ich geb mir die Nadel. Oh Mann, der hat sich bewegt. Können wir die schön überraschen eigentlich gleich. Deswegen hab ich gemeint gleich runter. Die waren grad abgelenkt durch die Zombies. Vielleicht haben wir jetzt einen Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ich hab so Angst, dass die uns gesehen haben. Ah, nee, da vorne ist einer. Da ist er. Läuft Richtung Prison. Nee, ist in der Garage. Oh, hat die Garage zugemacht? Sind die alle da drin? Nee, da draußen läuft noch einer. Ich pirsch mich an hier. Wenn ich hier freie Gesicht hatte, soll ich schießen? Oh, die haben uns gesehen. Einer ist dead. Nur noch in der Garage ist einer und ich weiß nicht, wo der andere ist. Lange Baracke. Der ist dead, okay. Ja, Vorsicht, ist aufgegangen. Ist schlo. Ja, ich hab in die Garage geschossen, wo die Tür aufging. Ich weiß nicht, Vorsicht, Vorsicht, ich weiß nicht, wo der dritte ist. Wenn Neusi sagt, es waren vier Leute. Hab mich getradet. Hab's gesehen. Lebst du noch? Hier ist einer mit der Roter. Oh, der hat mich. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Black, das bin ich, das bin ich. Mina war das. Einer noch. Wer steht da vorne an der Garage? Ich, 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 ich. Okay. Der lebt noch. Dieser... Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Ich dachte, er ist gerade... Prison ist offen, ne? Hier liegt auch einer drin. Yes, bin bei dir. Hast du da, was du? Okay. Wenn jemand einen Lamek findet, kann man Bescheid sagen. Nur, selbst wenn es leer ist, braucht es auch einen Mech. Jo. Ja, mal hat er hier, hat ihm... Oh, die hat eine Musche. Die gönne ich mir auf jeden Fall. Jo. Gönnt ja. Ähm, liegt mein Lächeln noch da vollgeben? Äh, Laidiva redet. Laidiva redet. Ich weiß nicht von wo. Die muss uns irgendwo gesehen haben. Hallo? 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 Oh mein... Oh, hallo. Ach so, hallo. Ja, hallöchen. Ja, was machst denn du hier? Mal ein bisschen Inferno abchecken. Ach so, ja. Willkommen in meiner Stadt. Wie viele seid ihr? Ein paar sind wir. Habe ich gemerkt. Warum? Haben wir gerade gegen euch gefeiert? Ja, ich habe einen da vorne an der Baracke da hinten gekillt. Und gehörst du zu dem Team... Hier drinnen bin ich gestorben. Ach so, nee. Nee, euch haben wir nicht gekillt. Äh! Ah, oh mein Gott. Wer war das? Von wo? Oh, Junge. Da hinten, Bambi. Da hinten, rotes, rotes, rotes Bambi. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich würde dich fragen. Hab ihn. Die andere hat jetzt eine Waffe, oder? Ja, ähm. Diva, können wir dir vertrauen? Diva? Ähm. Das ist jetzt ganz... Eigentlich tot. Ich glaube mal nicht. Ach, die ist dead, oder was? Doch, doch. Ja. Oh, scheiße. Black ist auch tot. Ich habe den nicht kommen sehen. Gut, ich habe Diva aber jetzt auch nicht... Ah, wie gesagt, ich habe nicht einmal einen Schuss gehört. Ich schaue auf einmal, du bist tot. Ja, der war da hinten an der Lieblingsgarage, ne? Neben Prison. Okay. Spieler oben. Auf der Straße. Auf der Straße. Ich sehe noch nichts. Ah, am Baum, ne? Ja. Ich kann nicht aimen. Die VSD. Oh, Digger. Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht. Ist immer noch am, am, äh, am Baum. An welchen? Ich kann nicht, ich kann nicht durch die Ferne zu schließen. Ich habe keinen Aim. Hast du ihn? Nee, ich hab... Ich hab den nicht beschossen. Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann nicht durch das Glas schießen. Das ist so eine Behinderung. Na gut, ich kann mich sehen, aber auch gerade nicht. Keine Ahnung. Oh, Schuss. Von rechts, 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 rechts. Bahnhof oder was? Ja, hinterm Bahnhof. Okay, ich komme runter. Ich push wieder in die Feuerwehr. Bin ich, bin ich. Ich hab halt Angst jetzt zu peaken. Ja, er kommt raus, er kommt raus. Ja, ich sehe es. Wir sehen. Oh Gott, ich hab... Der hat mich gespottet. Ich hab Gulasch-Aim. Einer ist dead. Nein. Der hat einen Schuss überlebt. Der hat einen Schuss überlebt. Der hat ihn überlebt. Der ist da unten an der Garage. Ach, verdammt, was ewig. Hey, der... Der will einfach nicht sterben. Der will nicht sterben. Der ist jetzt direkt hier vor uns. Der verblutet was. Ja. Der ist dead. Nee, der ist bewusstlos. Ich schieße noch einmal. Ich schieße noch einmal auf ihn drauf. Weiß ich nicht. Nach die M4 und... Nee, ich kann hier nicht rausschiehen. Jetzt ist dead. Oh Gott, was für ein Kampf hier schon wieder, liebe Leute. Ich brauch Munition. Letzte Aktion, oder was? Pushen wir. Welche Start? Pushen. Ich geb mir ne Adrenalin und dann wird's go. Ich geh wieder aufs Feuerwehr, da. Ja, push nicht mit. Könntest du ja alles verlieren. Es ist schwierig, 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 da jetzt rüber zu kommen, ohne dass der uns sieht. Oder definitiv merkt, dass wir ihn pushen wollen. Und ich glaub, wir haben auch schon einen Ticken zu lang gewartet. Aber wir könnten noch einmal kurz das Hexenhäuschen abchecken. Und nicht, dass der einen Spot wollte. Hexenhäus ist zu. Ich muss schreien. Hier unten. Oh Gott, ich seh nichts. Safe. Oben ist safe. Der Hahn Richtung Bahnhof. Ja, ich lauf die Straße entlang. Bin jetzt an dem Backsteingebäude. Bis links von mir. Habt ihr gesehen? Ja, ich krieg das Tor nicht auf. Ich geh rechts rum. Ah, ich seh einen. Der ist direkt vor mir jetzt. Er ist push nach vorne, push nach vorne. Gleich hinterher. Der steht an der Ecke. Ich geh links, äh, rechts rum, hinter dem Haus. Ja. Bin links. Ich weiß nicht, wo er ist. Der war, der war hier an der Scheune. Oh shit. Ja, scheiß Zombie kommt zu mir. Ich mach die Garage auf. Bin ich, ich bin, ich bin bei dir. Okay, okay. Hä? Ja, ich hab keine Ahnung. Ah, da hat einer gestöhnt vor Schmerzen. Als ob der nicht hier drin ist. Ah, doch. Ich hab Zombies. Ich push rein. Ne, ist safe. Wo ist der hin? Ich schraub's nicht. Hä? Ja, ich schraub's auch nicht. Der muss aber irgendwo hier sein. Da hinten ist er gerannt. Er ist hinten Richtung Bad, äh, Brunnen. Er läuft Richtung, also links runter. Ich versuche, ihn den Weg abzuschneiden. Ich geh jetzt schon links. Oh, ich hab Zombies am Arsch. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich hab ihn aus den Augen verloren. Shit. Verdammt. Ich hab ihn gefunden. Er ist am Double Green. Er lädt nach, er lädt nach. Also am Hexenhäuser, am hinteren. Bei der Kirche. Kirche. Oh, bei der Kirche? Wow. Bei der Kirche. Ich hab ihn. Er ist hier drin. Ja, nice. Halt ihn fest, halt ihn fest. Ich komm. Jetzt weiß er, dass ich da bin. Ich muss er schießen. Ist okay, ist okay. Ich geb mir kurz Adrenalin. Ich bin gleich da. Äh, Auto fährt nach, ähm, Zeleno runter. Zombie, äh, Zombie kommt an der Kirche. Vorsicht. Double Green oder Hexenhaus? Hier, beim Hexenhaus, Hexenhaus. Wo ich geschossen hab. Ah ja, da auf der linken. Ja, äh, äh, passt. Ich bin bei dir. Unten nicht. Ich bin jetzt Double Green. Woher ist er genau? Mach die Tür auf. Sei vorsichtig. Mach die Tür. Der kann nur noch dort drin sein. Wo ist er? Hä? Ich hab ihn doch hier nachladen gehört. War der vielleicht gar nicht hier in Double Green? War der vielleicht, äh, in dem Hexenhaus war der vielleicht hier. Ähm, Beige? Beige. Ja, safe Beige, oder? Ich mach unten auf. Ich geh rein. Ja, ich auch. Einer kommt die Straße zu euch hochgerannt. Warte ganz kurz, Neusi. Ja, wo ist die hier, einer? Ne, safe. Ist safe. Keine Ahnung. Welche Straße hoch? Hauptstraße, oder? Hauptstraße, ja. An die Kirche, an, ähm, Feuerwehr vorbei. Komm gerade an. Okay, ich guck da mal. Ich bin tot. Lebst du? Ich wurde... Ne, ich bin ganz tot. Okay, let's go runter da. Wird einer Kreuzung gefüllt. Ja, ich komm. Wo warst denn du, Fischler, als du gerade erschossen wurdest? Ähm... Müsste kurz vorm Brunnen gewesen sein, da die Kreuzung. Okay. Da ist einer. Oh, mich hat's hart erwischt. Hab ich ihn? Oh, fuck, da ist einer. Ne, hab ich nicht. Bist du hinter der Polizei? Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Der ist hier an der Hauswand. Percy. Auf ihn. Nice, ich dank dir. Ich brauch Häufe. Nein! Wo hast du ihn, Percy? Ja, ich bandagier mich und bin verpackt. Ich hab keine... Keine Muni. Ich bin das hinter euch, ich bin das hinter euch. Bin ich. Ich hab's geschafft. Wer ist das? Das bist du. Ja, ja. Alter. Aber hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, ja, stopp. Ich muss mich ganz so aufpassen. Ich muss mich bandagieren. Alter, Percy. Du hast gesagt, du hast ihn. Ja. Er hat... Es hat Blut gespritzt. Es sah aus, als er umgekippt ist. Anscheinend ist er nur... Oh, Mann. Und ich kam nicht aus der Animation raus, vom Bandagieren. Ich hab ihn aber. Ich leb noch. Uff. Ich schießt er. Aufsammig. Ich hab absolut keine Munition mehr. Ich muss kurz... Auf jeden Fall war hier grad noch einer. Der hat mich nämlich abgeschlossen. Ja. Oh, shit. Okay. Oh, schießt er auf mich? Wo? Ähm... Hinter mir. Ich bin Dad. Der hat grad die Tür aufgemacht. Oh, shit. Wo, 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 wo? Sag mir, wo. Da, wo ich reingegangen bin in dem Raum, wo wir gefaltet haben. Gerade eben in dem Gartenstück. Ja, ich seh deine Leiche. Mit deiner Leiche. Shit. So, liebe Leute. Wir wären auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däufchen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und hier, wie ihr es gewohnt seid, in der Endszene, habe ich nochmal andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Falls ihr natürlich das ein oder andere noch nicht gesehen habt. Gerne dürft ihr mich auch auf dem Server Inferno besuchen. Können wir gerne über die Map zusammendaddeln oder einfach gegeneinander fighten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.